Musik Denkst du vielleicht, dass das Leben dir zu übel mitgespielt hat? Hast du aufgegeben, weil es viele Widerstände gab? Hast du viele Niederlagen in deinem Leben erlebt und irgendwann dich zurückgezogen und gesagt, dachte ich, unternehme nichts mehr, ich bin passiv, ich halte mich zurück. Ich möchte dich inspirieren durch das Lebenszeugnis von Präsident Abraham Lincoln. Er war jemand, der sein Leben über eine ganze Latte von Niederlagen und Widerständen erlebt hat. Er verlor 18 Wahlen. Und es ist sehr interessant, ich möchte das einfach vortragen. Lincoln kam aus armen Verhältnissen und die Familie verlor ihr Haus. Er musste arbeiten, um sie zu unterstützen. Er ging bankrott. Er kandidierte bei der Staatslegislatur und verlor. Er verlor seinen Arbeitsplatz und wollte ein Jurastudium beginnen, aber er wurde nicht aufgenommen. Er borgte sich von einem Freund Geld für ein Geschäft. Am Ende des Jahres war er pleite und verbrachte 17 Jahre, damit die Schulden zurückzuzahlen. Er bewarb sich erneut um die Staatslegislatur. Diesmal gewann er. Er verlobte sich und wollte heiraten. Doch noch bevor die Hochzeit kam, starb die junge Frau. Und er blieb mit gebrochenem Herzen zurück. Im Jahr darauf erlitte einen Nervenzusammenbruch und lag sechs Monate im Bett. Er wollte Widersprecher der Staatslegislatur werden, wurde besiegt. Er wollte Wahlmann bei der Staatslegislatur werden und wurde besiegt. Er kandidierte für den Kongress und verlor. Er kandidierte wieder für den Kongress. Diesmal gewann er und ging nach Washington. Er bewarb sich um die Wiederwahl für den Kongress und verlor. Er wollte in seinem Heimatstaat Landeshauptmann werden, wurde abgelehnt. Er kandidierte für den Senat der Vereinigten Staaten und verlor. Er kandidierte nochmals für den Senat und verlor. Und dann, 1860, wurde er zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Doch damit nicht genug. Er verlor mit 40 Jahren einen Sohn und mit 50 Jahren einen weiteren. Und bei dem Sezessionskrieg, wo es um die Befreiung der Sklaven ging, um die Abschaffung der Sklaverei, da stand die gesamte Verwandtschaft, die von seiner Frau kam, auf der Seite des Gegners. Er ist trotzdem weitergegangen. Er hat sich trotz all dieser Hindernisse, dieser Widerstände nicht abhalten lassen, immer und immer und immer wieder einen Schritt weiter zu gehen. Ich glaube, er hat ein biblisches Prinzip verstanden. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das wollen wir alle. Keinen Mangel haben und vollkommen sein. Das ist etwas, wenn wir dranbleiben, wenn wir ausharren, wenn wir weitergehen und wenn wir zulassen, dass diese Lebensschule uns wirklich weiterbringt. An einer anderen Bibelstelle heißt es, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Wenn Gott in deinem Leben etwas verheißen hat, was er tun will, dann brauchst du dieses Ausharren, dieses Dranbleiben, dieses Nicht-Lockerlassen, dieses einfach dem Gefühl von Aufgeben und von Niederlage widerstehen, um tatsächlich diese Verheißung zu erlangen. Gib nicht auf. Das, was Gott in deinem Leben tun möchte, ist nichts Kleines. Es ist etwas, was wirklich nur von ihm kommen kann. Und es ist logisch, dass da Widerstände ist, dass da Probleme sind, dass da Versuchung ist und du musst diese Dinge überwinden, um in das Große hineinzukommen, was Gott durch dich tun will. Gib nicht auf. Bleib dran. Und lasst dir dieses Beispiel von dem Lincoln wirklich ein Zeugnis sein. Denk mal an Thomas Alpha Edison. Das war ganz ähnlich. Hunderte und Hunderte von Versuchen hat er gemacht, bis er endlich den Durchbruch hatte mit seiner Glühbirne. Und er hat gesagt, jeder gescheiterte Versuch ist ein Schritt weiter zu dem Endergebnis. Und das ist wirklich gut. So müssen wir das sehen, wenn Schwierigkeiten in unserem Leben auftauchen. Wir sagen, diese Schwierigkeiten werde ich überwinden und werde in das Eigentliche hineinkommen, was Gott für mich hat. Und ich sage dir, Gott hat mehr für dich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020